hallo und herzlich willkommen zu unserem video unserer minecraft leben mit dem fabi hallo ich bin im hype von minecraft leben habe ich das gefühl mann ich fahre gerade den kompletten wald ab ich habe hier gerade offscreen ein wenig abgesteckt bis nach hier was wir dann ein bisschen bucht noch kriegen und in die andere richtung habe ich auch noch 28 blöcke gemacht ja oder zombie weil wir haben gerade 22 uhr 40 und nur bis 21 oder supporter da also admin ja und es ist jetzt aber leider keine online weil der support halt nur so kurz ist anführungszeichen gott hey und deshalb können wir jetzt hier bauen hey du texau die kiste dahin platziert aber hat er nicht öffentlich gemacht ach so was muss ich angehen für die küsse zum öffentlichen und dafür erst mal nach oben kommt mann schön am fressen alter so in echtes und am fressen hi hat er jetzt geschrieben ich bin zu doof m m m c m o d i f c m o d i f c m o d i ja hoffentlich hast sehr schön gemacht alter ja das ist ein bisschen anders haben weil wir das nicht dass das alles wieder hergestellt wird also das ist ja da mies ähm nächstes hin ey guck mal wir haben noch voll viel Fleisch wofür bringst du die Viecher jetzt um weiss ich noch nicht achso Fabi, 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 Fabi guck mal in die Kiste wie viele wie viele sind da unten eine das kam doch nochmal raus ja nochmal so zu deiner Info das bringt mir aber eigentlich nichts mehr also an sich bringt das schon was aber ich bin halt jetzt so weit unten da hinten ok, dann kann ich es dir nicht verkaufen ja, dann kannst du verkaufen theoretisch boah, das kippe schon Geld 6 eisen pro Schiene ist hier heute drin und ein Stick äh 1600 64 oder alle alle ich glaub du hast vor mir den Schulabschluss hm, weiß nicht wie viel Geld du hast money money, money, money das hast du 13.000 wie viel 13.000 37 ja äh, du hast definitiv vor mir den Abschluss wieso ich hab 15,7 na gut ja ich mein, ich baue ja auch die ganze Zeit nur in den Farben nicht weil der Herr sich ja zu fein dafür ist ja äh ich kann nicht bauen das war linke Hände, ja also ich denk, es ist ja nur Zinsliegen einen Weg zu bauen da dran so ein kleines Häuschen zu bauen und das so ein bisschen nach Bäckerei aussehen zu lassen ne ne ach ne, hier ist ein Kripper ganz in der Nähe von dem Grundstück Krippi, Krippi, komm, komm, komm in der, äh, in der Nähe von der Farben, ne du kannst das, du kannst das, na, hey, hey, hey Alter, du hast ein Stück gehabt, ne ist das können Zombie ja, komm, hä äh, ist mein Dingschel kaputt gegangen Möchtest du noch eins haben? Juhu ja gup gub 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 cheс we geh Sciences weitла ch recon gucher chö gucher chö Das ist... Untergebiet ist frei von Bäumen. Ey, halt auf die Schnauze, ey, Junge, du Klaschein. Ey, du Klascheine, was bist du? Ey. Ah, lord. Oh. Mmh. 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 Oh, Gott. Eltern. Mmh. Mmh. gut gut auch schon da Lalalala Sooo Lalalala Liii du Ich hör mir grad mal Tipps von Pros ab Du Schon Ich hab einfach mal einen Chat geschrieben, die an das Geld gekommen sind und so Ach so Nicht Jobs Kann halt wirklich sein, dass du sogar einen Job annehmen kannst und wir es nur noch nicht ausprobiert haben Mhm Ja alle durch die Farmwelt eigentlich War aber eigentlich klar Voll G Slash Slash Job Bei einem Job bin ich so ein Schulerflos, ja Lala La 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 Ja 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 Ähm, steht da oben eine ordentliche Fläche. Ich wusste, dass eines Tages so ein Baum kommt. Kennst du meinen Lieblingsbaum aussehen? Na dann. Wenn nach oben kommt, siehst du das. Mh, nee, ist halt weg. Du hast recht, es ist ein Flash Home entfernt, ne? Mh. 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 Ja. Mh. Oh Oh So. Was weiß ich, was geht, war glaube ich in Vanilla Minecraft nicht. Was denn? Extra für Bäume so eine Ecke anfertigen und dann oben, dass die nicht zu hoch werden, so einen Block drüber. Das Problem ist, dann brauchen die Ewigkeiten, bis die wachsen. Und es kann sogar sein, dass es in Vanilla Minecraft gar nicht geht. Keine Ahnung, weiß nicht. Ja, in Modded Minecraft, also in Modpacks, damals ist es immer so. Das habe ich jetzt Ewigkeiten noch nicht mehr gespielt, also. In Minecraft generell jetzt eigentlich lange nicht mehr gespielt, gerade. Bis jetzt irgendwann, wo wir dann angefangen haben. Ja, immer Badwurst und Spiele oder sowas. So. Alles weg. Ähm. Checker. Hast du durch Zufall gerade... Gold dabei? Was? Gold? Gold. Nein. Gold ist hier. Eisen, meine ich. Ähm. Könntest du es vor 10.00 Uhr sagen? Äh, vor 10.00 Uhr sagen, der letztlich verkaufte? Gut, ist noch nicht ganz durchgebrannt. Okay. Och, jung, Alter. Sag mir nicht, dass da noch irgendwo ein Steinbund ist. Doch. So. 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 Well, just to spawn. So. So. Einmal hier lang. Sehr lang. Hm. Ich will einmal die Setzeln einsammeln. Ich glaub das ist, naja, scheiß drauf. Nein, mach ich auch mal ganz sicher nicht. Du siehst später schon, was ich vielleicht sagen wollte. Mal abgang, super. So. Ich spiel's eigentlich noch mit dem Standard-Texport-Pack oder mit dem... Ja, ne, ich hab keins drin. So. Ich hab auf dem PC ja noch keins installiert. Achso, stimmt. Oh, es fängt an zu regnen, hört auf, fängt an zu regnen. Ja, so ist doch mal schon echt. Ja. Natürlich. Alter, wir haben jetzt drei Stacks Holz. Alles klar. Äh, zwei Stacks... Eiche... Über ein halbes Stack, ne, drei Stacks Eiche. Ja, okay. Drei Stacks Eiche und über ein halbes Stack Würfel. Alles klar. Noch mehr vielleicht? Äh, ne, grad nicht. Jetzt wird's einfach so zack, äh, nach... Äh, wer hat anbariert? Weiß nicht. Ich bin mir grad angesicher. Ich glaub... Hm. Okay, dann würde ich sagen, das war's, welches Video jetzt wieder veranlassen. Bis jetzt beim nächsten Mal. Haut ran. Schönen Tag noch. Ciao. Tschüss. Ja. Ja.